ARD Text im Auftrag von Funk Du sammelst hier die Bomben und ich leg die hier, mein Gott Ich hab den Wettkopf eh schon gewonnen, oder? Hast du überhaupt schon eine Bombe gelegt? Ja, du hast mich ja alle geklaut Ich hab drei Bomben gelegt, du konntest gar nicht mehr gewinnen, weil wir viel brauchen, nur Alter, die Schauung ist so scheiße, ich war hier immer vorbei Danke Tschüss Oh, scheiß Steuerung hier Schal Aber ich hab 1300 Punkte, ne? Ja, für eine Bombe, die du gelegt hast? Nee, ich hab noch was aufgesammelt, ich hab noch was aufgesammelt Ja, aber du hast eine Bombe gelegt, ich hab vier gelegt Ich glaub dir da erst mal zwei Bomben, ey Vor allem wie du da auf dem Kopf lagst, sah das so Hammer aus Ey, das musst du dir reinziehen Ey Ey Ey, wie ist sie total hinterherziehend Was? Die Steuerung Bei mir nicht Doch, die Steuer hinterherziehend Bei mir nicht, bei mir ist alles gut Boah, das ist so scheiße, war mir egal von mir In mir sieht man, hinterherziehend, oder? Warte mal Ich guck noch mal Hä? Ich kann das hier nicht aufnehmen, oder habe schon keine Ahnung Mehr Kugeln Äh, Steuerung Hättest du das nicht davor machen können, Vorderaufnahme? Ja, Morsbeschleunigung an Alter, ich hatte das jetzt so weit, ne, also Wenn das jetzt nicht geht, ne Das ist so schwammig alles Alter, zieht die Waffe Keine Ahnung, also bis jetzt Okay, ich hab alles jetzt um die Waffe gehabt, aber ich find die richtig gut hier Die Löffnung sind ja auch gut, aber Ich bin nicht täuscht Ah, scheiß Maus! Warum? Alter! Die Maus spinnst du, das regt so hammer auf Wow! Kanin Was bist du bei mir, Alter? Weg! Ich mag dich nicht Pisch gehabt Hast du irgendwo, Moni? Ich mag dich nicht Weil ich besser benutzt, oder was? Ich geh, weil du Arschloch bist Ich lade! Ganz einfach Doch Ich spiel mich verarschen Ich mach da nichts für Doch Maueel! Nein, der hier, der hier lügt, mein ich Ja! Spacken! Ich hab mich helfen Hä, ich hab dir doch geholfen Nein Doch 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 Mann, lass mich auch mal ein paar Kills über Man, lass mich auch mal ein paar Kills über Du musst hier welche kämen Fuck you not Wow! Molotov! Er hat Molotovs Ja, das ist mir aufgefallen, dass er Molotovs hat Geh doch Schalli Geh doch, Schalli Geh doch, Schalli Du kannst deinen Molotov da schön bei dir behalten Ja, töte mal diesen Hund Ich glaub ich hab nur noch Ich hab nur noch Ich hab nur noch Mal gucken, ob ich damit ein käme Alter, Schalli Morotov bei dir Schenk ich euch Ich war ein bisschen mit vorne Ja, weiter nach hinten Ja, weiter nach hinten Verpisst euch Verpisst euch Verpisst euch Alter, ich hab's Oh, Junge Was denn? Ich hab fast gar keine Muni mehr Ich hab gar keine Muni mehr Ja Oh, diese Selbstwertattentäter, ne? Die Verrecken Scheiße, kannst du den da wackeln? Ich brauch Muni Ich hab gar keine Muni mehr Nicht mal bei Sekundärwaffe Ich hab auch noch zwei Munition Da Versuch von hinten zur Muni zu kommen Ah, scheiße Hier ist kein Eingang Wow Ich hab noch ne Granate Werde Muni mehr voll ins Wasser geworfen Lito hier Ich dachte, das interessiert euch Ihr werdet berühmt Die Piraten folgen euch bald wie Fliegen der Scheiße Ja, das ist sehr toll Verlegt euch, wie ihr sie loswerdet Okay, wir zerstören die Brücke Muni, 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 Muni Lade nach! Also, hinter dir ist einer Ja, ich muss nachladen Boah Ich brauch mich mal hin Nimm mich mal ein Messer an Ja Wow Bleib da mit dein Scheiß Mord auf! Du brennst Ja, ich bin tot Hilf mir Alter Scheiße Belieb mich erstmal wieder, man Ja Seid ihr nicht immer so hysterisch Du musst mich beschützen Du musst mich beschützen Nicht trage das Wir müssen die Bombe Ja, ich trage die Bombe jetzt zur Brücke Du musst mich beschützen Maul Weil ich kann nicht schießen, solange ich die Bombe trage Deswegen, du musst die aufreiten Welche die denn? Ja, die die da auf mich zukommen Juli Ich bring erstmal zum hinteren Platz Dass wir danach den vorderen nehmen können Weil danach kommen noch mehr Gegner Alter, der schießt auf mich, man Mach die fertig Wow Ich muss laden Gut, das ist sicher Jaja, ich bin dabei Da kommt ein Gegner, helf mir Wo denn? Doppelkopfschuss, geil Gut, ich will die nächste Bombe Bleib wieder vorne und äh Töte alle Gegner, die kommen Schnell, 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 schnell Das ist ein Sprengstoff Das ist ein Sprengstoff, oder? Nehm, Sprengstoff wird so Wo ist die nächste Bombe, wo ist die nächste Bombe? Bist du blöd oder so? Vor dir? Ja, der Gegner liegt auf der Bombe Jetzt, hier, jetzt kann ich die nehmen Ich konnte die eben nicht nehmen, weil der Gegner genau drauf lag Ich muss noch laden Ich komme schon Mach durch Woah, fuck, da ist ein Da ist ein Tank Alter, ich werde hin und her geschopst Na warte, 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 warte Ja, nichts warte, warte, ich habe keine Munition mehr Warte, hier, runter von der Brücke Bin Bin Ich bin runter von der Brücke, ganz los Zünder, 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 hier ist ein Zünder Ich zünder Ich zünder Zum Glück habe ich nicht falsch, was habe ich Sprengstoff gut und sind so gut schon hat nur ein ein Land verzieht worum war die Person ich muss ja noch eine Bremse liegen hinter dir ja ich habe zwei manchen mit zweiter Zeit doch so viel zu tun endlich geschafft einst die Produktion ich bin bei dem ich hier und ich verspricht noch mal noch eine Granate mit ihm so von mir aus kann es losgehen ich freue mich nicht Granaten sind voll ja bei mir auch so wie ich das Auto vom Kapitän und logisch und ich glaube den Unfall gebaut bitte der Kapitän das heute vom Kapitän war das Stuttgart im Fallgeburt ich glaube das ist eine Frau war vorsichtig er hat ein Messer ich 9 was sind hier er hat er gerade du Penis ich habe die Granate geholfen Achtung er kommt auf dich zu ja ich weiß doch dass meine maus springt ich kann helfen ja ja genau ich konnte gar nichts machen man ich musste wohl sonst verlieren wir aus dem ich bin aufgestanden der kam und ich war gleich wieder tot 321 warum hast du mich nicht geheilt weil ich sofort tot gewesen wäre ja mach bereit die maus hängt so hinterher das kotzt mich an ja dann liegt das an deiner maus bei mir ist es nicht so ein ist die die maus kann mit dem spiel bei mir ist es nicht so ja ich weiß nicht wie man die mit der stückkündigen bei mir war es für dich eingestellt dass der wagen vom captain bei uns boah alter Ah Gott Er kommt mit nem Meld Boah Danke Danke Komm her Gleif von hinten an Tja XC zu Oh Quart Picks neuling Sind da noch welche? Da hinten Ok erstmal nachladen Und tschüss Letzte Munition Letzte Munition Ah Scheiß Maus Ich muss laden Da Er hat ein Messer Ich bin leer Lade nach Wo bist du alter? Hier hinter dir Ja du machst hier gar nichts Ja ne ich mach ihm gar nichts Ich krieg ja nur die ganze Zeit Gegner Nein also mir kommt zu Als ob du nix machst Ich hab nicht schon ein paar mal gehofft Oh Oh 1 1 1 1 1 Mach dann Tod Wurfe Granate Na die ist ja voll weit geflogen Kann man nicht weiter werfen? Kann man nicht weiter werfen? Wurfe Granate Wurfe Granate Ähm Wurfe Granate Wurfe Granate Ich möchte zu Munition Die ist doch hier vorne Hier wo ich bin Mach schon Wo denn? Geh mir weg dann Ich müsste zur Hindeckung gehen Ich find das so schwammig Bei mir ist es nicht schwammig Ich bin Ich bin Können gleich so spielen Socken von der sich Wuppen Puckets Kriege Ja du musst es besser einstellen Und nicht so scheiße Ich hab das auch volle Dings gemacht Dann bist du nur zu dem ich das einstellen Ich bin nicht Ich bin doch umgekehrt Ich bin doch umgekehrt